Äh, richtiger Bock. Willkommen, Abu Sultan. Diesen Tipp, ich knack ihn alle. Fertig. Hier, ich zieh ihn alles. Egal, wer kommt hier drauf. Ich zieh ihn komplett. Wenn nicht, muss Bescheid sagen. Leute, wenn hier nicht klappt, alte Bocker. Muss hier alles knacken bei Abu Sultan. Anders geht nicht. Alter Bocker. Bismillahirrahmanirrahim. Hier ein guter Mann. Auch aus welchem Land? Türkei. Konya. Aus Konya. Inshallah, wir holen nächstes Mal auch Kalonya. Bei uns, für mich. Und wir testen, ihre Kopf hat auch Probleme. Wir gucken gleich, Inshallah. Inshallah, wir gucken gleich ihre Probleme. Hier Khaled, da. Das ist das, diese Maß. Und gucken, dieser Mann. Gerade. Auch zwei Finger, drei Finger. Okay? Schauen wir gleich. Inshallah, jetzt kommt. Inshallah, kommt alles gesund. Ja, Rab. Das ist wichtig. Inshallah. Inshallah. Inshallah, kommt alles gesund. Ja, Rab. Das ist wichtig. Inshallah. 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 bismillah links rechts das ist abu sultan osmanische therapie gehört in kaschnia therapie für kopfschmerzen für augenschmerzen der kann auch noch gleich inshallah kann noch mehr sehen für schwindelig für tinnitus auch inshallah hilft auch für alles für probleme in kopf inshallah die hellt alles inshallah bismillahirrahmanirrahim ja schaafi ja allah ja schaafi ja allah ja schaafi ah bismillah ja allah haide desten inshallah klubbass schifa ist das nur von allah schaafi das gleiche nas ok das ist bei ihnen nur eine finger nur eine finger schon ist zugemacht bei dir ist noch mehr gezogen das bei ihnen bleibt eine finger der ist richtige bock bei ihnen bleibt eine finger haben wir eine nur fast die war zwei finger haben wir eine finger zugemacht bei ihnen klappt 100% aber ist auch gesundheit ist immer da und sowas gibt es nur leider nur bei abu sultan kashni der therapie wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gibt es genau da müse und wenn wenigstenschs die die